So, jetzt sind wir aber direkt wieder im Fight dran. Ach, geh mir nicht auf die Eier mit deinem scheiß Schwert, ey. Aua, was kann der denn für scheiß? Ach, Soldaten greif den anderen an. Wie sieht... Wie sieht... Wie sieht ich denn? Wie spürt ist das denn? Boom! Kann ich auch das andere nehmen? Macht wirklich nicht Spaß. Aua, macht der Schaden, der Alte! Mich verarschen! Alter, Vater! Ich glaube, ich brauche so ein paar. Au! Wieso krieg ich denn mehr Schaden, als ich reinkrieg? Was halte ich doch... Ich hätte doch das mit dem Kugel nehmen sollen, ey. Nein, nicht wegwerfen! Wer geht denn wegwerfen? Fuck, da haben wir ihn wieder. Boah, jetzt haben wir auch... Wo muss ich leben mit dem Fight, ne? Ah, jetzt hab ich denn... Fix drauf! Gib it nicht! All this over two people dying, monster like you would not stay. Ach, du kannst das auch, Arschloch. Au! Boah, kann der nicht einfach die richtigen Leute anvisieren, ey? Das würd mal voll helfen. Nicht einfach irgendwelche Soldaten, die hier im Weg umstehen. Maaann! Aber nur weil er wegspringt, heißt das ja nicht, dass er... Ach, du kannst... Maaann! Also in Kämpfen, wo viele, viele Leute sind, ist das echt gehindert. Finish! Das ist unser! Show me what you got! Nicht ein Stück, ey. No problem then? None, Mr. Mercer. Sir, my transport lines effectively skirt all of Blackwatch's security measures. So the whole of the white light stores are currently leaving the green zone. Hm, yes, the operation can begin at your commandment. Was haben die denn vieles geplant? Das hört sich aber nicht gut an. Schild verbessert. Lass mich verarschen! Komm schon! Ah, schuldigung nicht. Was ist denn zwei hier? Ach, der andere ist da schon angeschlagen. Was klopp ich denn mit dem anderen? Ach dann, aber es ist eine Dornenstaffel. Cool. Boom! Das ist ja immer schade. Boom! Shazam! Wenn sie den Alarm... Ach so. So meinte ich eigentlich nicht, aber... Safe! Hahaha! Wer sind wir denn, ey? So ein Grufti, ey. So ein Grufti, ey. Schon Stufe 8. Krass, wie schnell das ging, ey. Was brauchen wir denn jetzt? Wasser? Galloway, Roland ist tot. Pfff, es dauert dir lang genug. Ich habe nicht gesehen, dass du genug bist, um dir etwas zu tun zu tun. Geh nicht mit mir so zu sprechen, niemand spricht mit mir so zu sprechen. Es scheint mir zu sein, dass jemand es hätte. Yum, yum, yum. So. Was ist das denn davon für eine komische Box? Ah, das haben wir auch die Hammer-Faust. Ach, das war echt... Für Kanzler war das echt praktisch, ne? Das ist safe, so. Jetzt gehen wir mal zu unserem Pater. Gucken, was der zu sagen hat. Aber ist da so ein Fliegerling? Mann, wieso müssen wir denn wieder durch die ganze Stadt fliegen, ey? Mann, wieso müssen wir denn immer im Arsch der Welt sein, die Leute? Ich bin ein Blase, Blase, Blase... Mann, wieso? Mann, was der mitzuladen? Das weiße Licht. Oh, jetzt müssen alle sterben. Commander Gallagher, das ist Red Crown. Infective forces have control of the bridges leading to the red zone. Interrogative. Is the white light ready to deploy? Over. Roger that Red Crown. We have white light canisters on the ready. We'll clear the way. Over. Still got a bad feeling about this white light. Ganz hinten. Ich verarschen. Arsch der Wild hier. All units, this is Red Crown. White light deployment is in effect. Da vorne ist er doch. Der hier ist ja ein Marine Typ. KeinINGS, WEURSER IN Jn. Mike! Oh! Oh, shit! Oh! What's that? Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh shit! Oh shit?! Oh shit! Oh shit! Red Crown, this is Commander Gallagher. White Light has been deployed at Grid 07. Testing for trace release now. Copy, Gallagher. Complete testing and proceed to Grid 08. Over. Roger that Red Crown. Alter, lass mich in Ruhe. Die beiden sind nicht beschützt. Okay, die machen wir aber auch nicht auf den Typen. Kann ich den einfach so snacken? Ach, der haut mich. Du solltest besser wissen, als so eine Scheiße auf der Familie versuchen. Oh mein Gott. Ich dachte, ich hätte ihn zu einem von dir gewonnen. Red Crown, this is Cottonmouth 21. Das wird mich verarschen. Und, und, und Gallagher ist infektiv. Copy, Cottonmouth 21. Reconfirm Gallagher Status. Over. Fütter in der Szene. Er ist, er ist einer von ihnen. Rechstungsgeräusche. Copy 21. Standby. Over. Red Crown be advised. Both targets are on the street now. Both targets have dropped to street level. Say again. Targets have dropped to street level. Targets have dropped to street level. Catapult 32. Elleryn Gallagher are nearing an active combat site. Engage both and contain until response team arrives. Mein Gott. Er hüpft aber durch die Gegend, ey. Was wenn er nicht eilig hätte. Oh ja. Du bist nicht besser als diese Menschen. Ja. What the fuck. Was schnappt er sich denn hier? Oh, der war schlecht. Mercer does not tolerate disobedience. And neither do I. Was ist gut oder schlecht? So let's put you down, shall we? So what are you gonna do now? Ja. Stop. What are you doing? What? Mit einem Schuss. Der kaputt. Geil. So krass Raketenwerfer-Skill. So krass Raketenwerfer-Skill. Was soll all die coolen Klingennamen. Mit ihrem Scheiß da, ey. Alle ihre Messer haben müssen. Bam. Ach man. Da hat er fast keinen Schaden gemacht ohne Gefarschen. Ja. Da hat er Schaden gekriegt. Boom. Bam. Schon wieder. Ich glaube, ich weiß, wer jetzt verliert. Dann bleibt es da so stehen. Mua, ich verlier gerade. What? Ich weiß nicht. Du bist nicht versteht, was ich sage. Es geht nicht in andere Dinge, aber es kann aufzunehmen. Fertig machen Dinge in addition zu was des Zines. Du bist sagen, wir können es, was? Neue Seite? Ja. Das ist genau das. Ja. Jetzt haben wir ja nicht die richtige Klinge. Mal richtig Damage macht. Die müssen aber auch relativ nah sein. Mua, hat er den ausgeschnitten. Hat halten sie LB gedrückt um das Machtmachtfahrt? Ach so. Oh. Was ist das hier? Vater. Der Kommander aus dem White Light Program. Es ist so, dass er einer von Mercerin entwickelt hat. Er entwickelt? Was wollen sie mit der Verkür für das Virus? Keine Ahnung. Die einzige Sache, die die infekten und die Mercerin beschützen kann, macht es nicht Sinn. Ich muss das alles herausfinden, bevor es zu früh ist. Oh ja. Oh, hier ist ein Stützpunkt. Wollen wir mal auseinander nehmen gehen. Oh, aber wenn ich auf die Uhr gucke, dann haben wir leider schon wieder soweit. Das heißt, wir nehmen nächstes Mal den Stützpunkt auseinander und sammeln vielleicht noch ein paar Blackboxes. Bis dann. Tschüss. Radio Transmission.